Also nur um das mal klar zu stellen, ich bin kein Gesundheitspapst. Ich liebe meinen Körper und ich liebe natürlich meine Gesundheit, aber ich liebe auch das Leben. Mir geht es hauptsächlich darum, dass, oder ich habe das Bewusstsein bekommen dafür, dass ich neben dem Leben, wo ich meinen Körper belaste und vielleicht sogar auch schädige, eben auch einen Ausgleich finden muss. Und den finde ich darin, dass ich mich informiere und mir anschaue, wie kann ich meinem Körper was Gutes tun, was ihm hilft, was ihm hilft, besser zu regenerieren, sich zu erholen und dass es ihm einfach gut geht. Dazu gehört genügend Schlafen, dazu gehört gesundes Wassertrinken, dazu gehört bewusste Ernährung, aber es gehört zum Leben auch dazu, dass ich Spaß habe und manchmal ist der Spaß für meinen Körper vielleicht auch nicht gut, aber er gehört dazu und ich finde es wichtig, dass man den Ausgleich findet. Auf der einen Seite leben und auf der anderen Seite sich um seine Gesundheit kümmern.